Einschlafen in Tolkiens Welt Heute erzähle ich euch etwas über eine Stadt bzw. etwas, was gut brennt. Heute Eskarot Eskarot ist Sendarin für Schilfsee, wurde aber auch Seestadt genannt. Sie ist im Legedarium eine Siedlung im Wilderland. Geografie Eskarot lag im südwestlichsten Teil der Langsees, nahe der Mündung des Waldflusses. Die Ortschaften lag in einer ruhigen Bucht, die durch eine felsige Landzunge vor den hereinströmenden Wassern des Waldflusses geschützt wurde. Beschreibung Die Seestadt war auf hülzernen Pfeilern erbaut worden, die man in Seegrund getrieben hatte. Eine lange Holzbrücke verband die Stadt mit dem Seeufer, wo einige Hütten, Lagerhäuser und andere Gebäude standen. Auf den Holzstegen oberhalb der Wasserfläche standen die Häuser der Seestädter. In der Mitte des Ortes befand sich der Marktplatz. Das Marktwasser war durch einen Tunnel mit dem See verbunden. Um den Markt herum gruppierten sich größere Stadthäuser. Das herausragendste Gebäude war sicherlich der der großen Halle. Zum See hin lag die Stadthalle, Sitz des Meisters von Eskeroth und der Stadtväter. Politik und Handel Eskeroth wurde von einem Meister und den Ratsherren regiert. Der Meister wurde unter den Alten und Weisen der Stadt gewählt. Das Amt hatte vermutlich oft ein Händler inne. Kriegerische Menschen wurde als Stadtmeister niemals geduldet. Dem Volk war es vergönnt, einen Meister abzusetzen, sollte diese Fehlentscheidung getroffen haben. Eskeroth war schon immer eine Handelsstadt. Die städtischen Händler waren relativ reich und wurden nicht selten von den einfachen Bürgern der Stadt als Geldsäcke bezeichnet. Im frühen Dritten Zeitalter handelte die Stadt mit Tal, den Zwergen des Nahen Erebor, den Elm unter dem König Thranduil und den Landen südlich des Langsees. Mutmaßlich Dorwinion. Die Stadt erlangte so einen gewissen Wohlstand, und man sprach sogar von ganzen Schiffsladungen an Gold und Silber, die zur Seestadt kamen. Die Seestadt trieb ihren Handel vor allem über den Flussweg. Nur die südliche Route brachte als Hindernis große Wasserfälle mit sich, über die sich die lange See und Fluss eilend ergoss. Unterhalb der Fälle mussten Waren aus dem Süden, auf Karren geladen und auf dem Landweg zur See transportiert werden. Für mancherlei Waren waren die Waren aus dem Süden dienten Eskerot auch als Zwischenhändler. Von hier aus wurden sie auch andere Waren, wie Butter, Äpfel und andere landwirtschaftliche Produkte in Fässern Richtung Nordwesten zu den Hallen des Elbenkönigs transportiert. Die leeren Fässer wurden über den Wallfluss zurück zur Seestadt geflößt. Durch Smaugs Angriff auf das Land um den einsamen Berg im Jahr 2770 des Dritten Zeitalters verlor die Seestadt zwar ihre Handelspartner, blieb aber dennoch über die folgenden Jahrhunderte wohlhabend. Geschichte Wann Eskerot gegründet wurde, ist nicht bekannt. Wenn das Wasser jedoch niedrig stand, waren alte, vermoderte Pfähler, einer größeren Stadt immer noch im Uferbereich des Sees zu sehen. Ob diese ursprüngliche Siedlung zerstört wurde oder einfach nur für viel, ist nicht bekannt. Als Smaug sich im Jahr 2770 des Dritten Zeitalters im Erebor niederließ, gewährte Eskerot den überlebenden Menschen von Tal, Schutz und Obdach. Hier überlebte auch die Fürstenlinie des Alten Tal über 170 Jahre lang. Bilbo Beutlin und Thorin und Co. kamen im Jahr 2941 des Dritten Zeitalters auf ihre Reise zum Erebor in Fässern versteckt nach Eskerot. Dort wurden sie vom Volk und dem Meister gefeiert, weil sie laut den alten Liedern des Zwergenkönigreichs im einsamen Berg wiederherstellten und Eskerot erneut Reichtum bringen würden. Man gab vierzehn wandernden Ponys und Proviant, bevor diese weiterzogen. Unbedachterweise störten die Zwerge und der Hobbit den Drachen. Dieser hatte während der Unterredung mit dem Hobbit herausgehört, dass er und die anderen Störnfriede von der Seestadt hergekommen waren. Kurz und schlossen flog er gehen Seestadt, um die Seestädter noch einmal zu beweisen, dass er allein König unter dem Berge sei. Dank der Vorahnung von Barth aus Gerünjens Geschlecht kam der Angriff auf die Stadt für die Menschen nicht überraschend. Sie hatten die langen Holzbrücken gekappt und Bogenschützten in Stellung gebracht. Smaugs Angriff war jedoch fatal. Da Eskerot fast ausschließlich aus Holzabhaut war, griff sein feuriger Atem schnell auf die Dächer der Häuser über. Löschversuche der Seestädter waren weitgehend vergebens. Ein Großteil der Bevölkerung konnte sich auf Handelskähnen hinaus auf die See retten. In der Brennenstadt hielt Barth die Stellung. Durch einen Hinweis der alten Drossel ließ er im richtigen Augenblick ein Pfeil von der Sehne schnellen und traf den Drachen in die ungeschützte Stelle an der Brust. Smaug stürzte zu Tode getroffen hinab und zertrümmerte mit seinem Leib die Überreste der Seestadt. Barth, der sich noch rechtzeitig hatte retten können, führte nach der Zerstörung der Stadt dem Namen Meister unter dem blauen Banner vom See Verhandlungen mit Thorin II., der sich mit dem nun freien Schatz im Erebor verbarrikadiert hatte. Dabei pochte er sowohl auf Entschädigung für die zerstörten Häuser der Seestädter als auch auf einen Teil des Schatzes, der ihm als Erbe des Fürstentums von Thal zustünde. Thorin jedoch wies Barth's Bitte zweimal ab, so wurde der einsame Berg belagert. In der darauf folgenden Schlacht der Fünfheere kämpften auch Seestädter mit langen Schwertern ausgerüstet, siegreich gegen das heranrückende Heer von Orks und Vargen. Schließlich wurde Eskeroth großzügiger und schöner wieder aufgebaut, doch verlagerte man die Stadt diesmal etwas weiter nach Norden.